Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Profi-Turnier-Ergebnisse auf eurer eigenen Webseite einbinden könnt. Ihr geht auf tourbrassi.com und scrollt euch auf der Startseite ganz nach unten. In der Fußzeile findet ihr den Bereich Widgets. Widget ist ein kleiner Schnipsel, der auf einer Webseite eingebaut werden kann und dann immer den aktuellen Inhalt der Mutterseite zeigt. Wenn ihr beispielsweise das World Ranking auf eurer Webseite anzeigen lassen möchtet, dann könnt ihr hiermit ein Widget mit der Weltrangliste erstellen. Dazu wählt ihr die Anzahl der Spieler, die ihr zeigen wollt, beispielsweise die Top 10 und an der Seite, wie das Widget aussehen soll. Wir wählen hier mal den Skyscraper und ich klicke jetzt auf Generate Widget und dann habt ihr hier unten eine Preview, also eine Vorschau. So kann man das zum Beispiel in einem klassischen Werbeplatz an der Seite einbauen. Und wenn ihr den dann in eure Seite einbauen wollt, habt ihr hier unten den Code. Den könnt ihr kopieren und in eurer Webseite einbinden. Wenn ihr das nicht selber könnt, dann hilft euch da sicherlich euer ITler. Und ansonsten sind die restlichen Widgets ähnlich auszuwählen, nur dass es ein paar mehr Funktionen gibt. Wenn du beispielsweise ein aktuelles Leaderboard der PGA Tour oder der European Tour einbinden willst. Wir nehmen jetzt mal European Tour. Dann klickst du auf Tour, wechselst auf European Tour und sagst, ja, ich möchte jetzt die Top 20 anzeigen. Wenn ich jetzt hier, das mache ich jetzt mal in der Tabellenansicht, wenn ich jetzt hier das Widget erstelle, dann sieht man hier die Vorschau. Da heute jetzt Mittwoch ist, sind hier für Runde 1 die Startzeiten eingegeben und vor allem immer in der lokalen Zeit, so dass tatsächlich eure Kunden wissen, okay, ich muss also heute um 5 Uhr aufstehen, wenn ich Jaco van Zil abschlagen sehen möchte. Ihr könnt das gleiche auch mit allen anderen Touren machen, beziehungsweise ihr könnt euch auch eigene Spiele auswählen und genauso über den Einbau des Codes in eure Seite integrieren. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden, info at tourbrasi.com und wir wünschen euch viel Spaß beim Einbau unserer Scores auf eurer Webseite.